Ich habe heute schon den ganzen Tag Bauchschmerzen, weil ich eigentlich, ich habe ein bisschen Schiss darüber zu sprechen, das ist das Thema Depression. Wieso hast du Schiss darüber zu sprechen? Also weil ich noch nie darüber öffentlich gesprochen habe und wir haben beide, wir haben beide schwere Depressionen gehabt. Und dann war der Peak im letzten Jahr, Herbst war erreicht, als ich einkaufen gehen sollte. Diese komplette Überforderung bei absolutem Pille-Palle und dieses Gefühl, das man nicht beschreiben kann, dieses Fremdgefühl von, es ist einfach nur schrecklich. Die Symptome sind ja Schlafschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, ich war vergesslich denn auch, also ich musste wirklich wie so ein Dementenkranker so ein Zettelchen hinlegen, dass ich wusste. Du kannst haben, was du willst, aus dem ganzen bunten Spektrum kannst du wählen. Ich hatte gerade ein bisschen Tränchen in den Augen, als du angefangen hast, das zu erzählen, weil ich mir dachte, wir sind mehr, wir sind wieder mehr, wir sind zwei jetzt schon. Danke Thorsten Stredler. Danke Kurt Krümmer.